Der Sommer ist noch voll am Start und auch mit den neuen Windeln geht es weiter, Kiddo hat noch eine neue Windel herausgebracht. Wer die letzte Folge 6 der Windel-News gesehen hat, der kennt die Marke spätestens von dort, als ich die Willsocke vorgestellt habe. Nur wenige Wochen später ist in der Eigenmarke von Daipa Minister die Teddy's Ultra erschienen. Auch wenn das recht schnell gegangen ist, wirkt der Launch dieser neuen Windel durchdacht. Die Teddy's Ultra ist die erste mit einer textilähnlichen Oberfläche. Man möchte damit offenbar die eigenen Produkte möglichst breitflächig aufstellen. Schon bei den bisherigen Kiddo-Windeln war es so, dass jede eine Besonderheit hat, ein Kleber pro Seite, Klettverschluss und so weiter. Alle waren außen aus Plastikfolie, was laut einer Umfrage auf meinem Kanal die große Mehrheit von euch bevorzugt. Die Teddy's Ultra hebt sich gleich doppelt von vielen anderen ABDL-Windeln ab. Zum einen wegen des textilähnlichen Außenmaterials, aber auch durch die Kleber. Es ist nur ein Kleber pro Seite vorhanden, der dafür deutlich breiter ist, statt der sonst üblichen zwei, die sich bis auf wenige Ausnahmen durchgesetzt hatten. Eine davon ist die Junior Plus von Kiddo. Sie setzt auf Folie, sodass Fans von einem Kleber pro Seite sich nun zwischen der Junior Plus mit Folie oder wer Karten lieber mag alternativ der Teddy's Ultra entscheiden können. Schon die Packung ist bunt bedruckt, auf der Vorderseite befindet sich ein großer Teddybär in einer regnerischen Landschaft. Auch auf der Windel selbst ist ein Teddy zu sehen, der einen Regenmantel trägt, während er von regnenden Wolken umgeben ist. Dass diese Windel sich auf klassische Teddybären als Hauptmotiv konzentriert, dürfte beim Name sicher nicht überraschen. Interessant finde ich, dass man es in einen Kontext eingebunden hat, der zu Windeln passt, der Teddybär mit dem Schirm soll die kleinen Enten vor dem Regen schützen. Sinnbildlich ist der Teddy die Windel, die euch als Träger vor nassen Unfällen schützt. Wenn ihr sie benutzt, regnet es in der Windel, wie es das Motiv schon andeutet, so würde ich es deuten. Eine ähnliche Geschichte kann man auch bei der Lil Soacker erkennen, brennt es, löscht die Feuerwehr das Feuer mit Wasser. Da die Feuerwehr hier symbolisch die Windel ist, wird sie geflutet und ihr löscht damit das Feuer. Gerade diejenigen von euch, die viel Wert auf das Design legen, dürften es sicher mögen, wenn nicht nur irgendwelche Motive aufgedruckt sind, sondern sie in ein Gesamtkonzept passen und genauer durchdacht wurden? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Angeboten wird die Windel in den Größen M und L, deren Teilenumfang identisch mit den anderen aus der Kedorei ist. 6000 Milliliter Saugleistung soll sie bieten. Den Erfahrungen nach sind diese Angaben alle Laborwerte, egal bei welchem Hersteller. Wie viel sie wirklich aushält, kann nur ein Praxistest zeigen. Selbst das ist kein 100% genauer Messwert, sondern eine realistische Einschätzung, damit man weiß, womit man ungefähr rechnen kann. Die Windel ist erst Mitte August erschienen und wird zum Preis von 32,90 Euro pro Zehnerpackung angeboten, sodass eine einzelne 3,29 Euro kostet. Im Vergleich mit der Lille Socke deutlich teurer, dort kostete das Zehnerpack 10 Euro weniger, für eine Windel muss man dort lediglich 2,39 Euro bezahlen. Im direkten Vergleich ist das teuer, jedoch ist der Markt für ABDL-Windeln mit Karten als Außenmaterial schon immer eine Nische gewesen. Ich hatte unter euch ja mal eine Umfrage gemacht mit einem ziemlich eindeutigen Ergebnis, das die große Mehrheit von euch am liebsten Windeln mit Folie außen bevorzugt. Cottonwindeln werden also nur nach einer kleinen Minderheit gekauft, wodurch die Produktion tendenziell teurer ist. Der Hersteller produziert geringere Mengen, zahlt pro Stück teurere Preise und muss gegebenenfalls noch höhere Lagerkosten einkalkulieren. Es ist somit nachvollziehbar, dass Kottenwindeln durch den Geschmack der Mehrheit ein gutes Stück teurer sind, als vergleichbare aus Folie. Worüber man jedoch streiten kann ist, wie hoch dieser Aufpreis ausfallen muss, sind fast 4 Euro pro Stück wie bei der Little Kings notwendig. Oder kann die Teddys Ultra eine weniger teurere, aber vergleichbare Alternative sein? Technisch lässt sich von den Daten her nur sagen, dass die Little Kings mit einer Saugleistung von 7500 ml beworben wird, also theoretisch 1500 ml mehr. Und es sind zwei statt einem Kleber pro Seite vorhanden. Da diese Messungen üblicherweise im Labor gemacht werden, sagen sie nicht viel aus. Es kann sein, die Saugleistung der Little Kings ist in der Praxis nur wenig höher oder sogar identisch. Diese Zahlen sind nur als ungefähre Einordnung brauchbar. Ihr könnt daraus nicht schließen, dass ihr in die Abu Little Kings 1,5 Liter mehr einnässen könnt. An dieser Stelle können wir nicht klären, wie gut die Windel im Alltag ist. Das muss ein Praxistest zeigen, bei dem neben der Saugleistung auch geschaut werden kann, wie bequem sie sitzt, wie sich das Außenmaterial anfühlt und weitere Dinge, die ja auch wichtig sind. Vor allem weil nur ein Kleber pro Seite vorhanden ist, wird es spannend zu sehen, ob Sitz und Passform gewährleistet bleiben. Optisch dürfte es sicherlich den Pampers Fans unter euch gefallen, da solche Kinderwindeln aufgrund der Größe niemals einen zweiten Kleber benötigt hatten. Zusammen mit der Junior Plus sehen diese Windeln in der Hinsicht den Kinderwindeln ähnlich. Die Little Kings hat damit einen einen weiteren Konkurrenten bekommen, nach der in Windel News 4 vorgestellten Tückables Animuts. Nachdem die Preise von Cottonwindeln schon deutlich vernünftiger werden, wird es bald auch bei mir Praxistests aus dieser Richtung geben. Ich bin gespannt, wie sich diese Windeln entwickelt haben. Meine erste Erwachsenenwindel war vor einigen Jahren aus einer textilähnlichen Oberfläche. Allerdings eine medizinische und ich war enttäuscht davon. Mit einigen ABDL-Windeln aus Folie bin ich zwar sehr zufrieden. Dennoch interessiert es mich, wie moderne ABDL-Windeln mit Karten heutzutage sind. Die Technik entwickelt sich ja weiter und im ABDL-Bereich dürfte die Qualität besser sein. Was haltet ihr von der Teddys Ultra? Bleibt trocken, bis zum nächsten Video!